Es gibt so viele Geist angreift! T engrenzer Sie nirgermit Wo soll ich nun beginnen? Ich fang erst mal einfach an Eine Frau zu verstehen, hört sich einfach an Doch, wenn ich mir zulässe zwischen die Zeilen Du willst sie rein in shmalk der Arme sein Was tu kleistet? Und eh'n du nur eins begreifst Ja wie sie tickt du muSt verstehen, was sie wirklich meint Nun sind wir hier bei Mysterio, Frau Verstehe doch, was sie meint, wenn sie sagt, mich trifft diese Show Natürlich ist gemeint, du hast dich trifft die ganze Show Verstehe doch, was sie meint, wenn sie sagt, kauf nur kurz ein Buch Natürlich ist gemeint, ein Rauchparti-Shirt von Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es war gut, so gut Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es ist nicht so, was sie sagt Verstehe doch, was sie meint, wenn sie zu dir sagt, Baby, nein Gemeint hat sie vielleicht, doch vielleicht heißt bei ihr auch ja Verwirrung, ja, ich weiß doch, so tickt nun mal diese Frau Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es war gut, so gut Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es ist nicht so, was sie sagt Was sie meint, wenn sie sagt, mach doch, was du willst Übersetz, wenn du mich nochmal betaschen willst Fack ich dich, mein Lieber, dann bekommst du mit mir Krieg Was sie meint, wenn sie fragt, ob du sie noch liebst Natürlich liebe ich dich noch, Schatz Und dann komm, sie muss mich um etwas bitten Das bin ich gefällt, aber du wirst nicht erfreut sein Du willst doch kein Arsch sein, deshalb lässt du sie gewähl Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es war gut, so gut Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es ist nicht so, was sie sagt Die Dienen ist so, wie du verstehst Sie meint, es ist nicht so, wie du verstehst Untertitelung des ZDF, 2020